Liebe Freunde, ich freue mich so. Haben wir noch irgendwie Samen oder so? Ne, ich meine, wir haben die alle verpulvert. Fakt, also ähm... Können wir erstmal noch gar nichts machen? Oh, wie ist es dir ergangen? Ich freue mich, dich diesen Sommer zu sehen. Ach, das war ja der liebe Kai, der kommt ja nur... Nur an Sommertagen kommt der hier vorbei. Und meine schönen Gürkchen sind dahin. Meine Gürkchen. Juhu. Komm, warum hat der gerade nicht reagiert? Egal, machen wir hier erstmal die Überreste von den Gürken weg. Und ja, gleich koche ich wieder was. Ich habe ja noch meine schöne Liste hier. Ich habe nicht viele Rezepte aufgeschrieben, liebe Freunde, das müsst ihr verstehen. Alles aufschreiben wäre blöd. Jetzt könnte natürliche Frage kommen. Warum hast du denn die Seite jetzt nicht einfach ausgedruckt? Hm, ganz einfach, weil ich keine Lust dazu hatte. Ich wollte es mir schwerer machen, als es ist. Und ja, so einfach ist das. Zumal ich dann auch diese scheiß Werbung dazu hätte. Und dann müsste ich mir markieren, welches der Rezept ich machen muss. Ich habe mir nämlich hier genau in der genau richtigen Reihenfolge aufgeschrieben, welche Rezepte kann ich machen. Welche bräuchten noch zu viele Zutaten, etc. Ich hoffe, das hat es einigermaßen verständlich erklärt. Denn auf der Seite, wo ich es hatte, da war das wirklich untereinander geklatscht. Das war schon nicht mehr feierlich. Also, das war schon heftig. Auf jeden Fall wird die Aufnahme jetzt noch so lange gehen, bis ich hier Anne geheiratet habe. Da ist ja wohl sonnenklar. Also, das wollte ich ja schon die ganze Zeit gemacht haben. Aber irgendwie kam immer was dazwischen. Oder sagen wir, irgendwie wollte mich das Spiel nicht machen lassen, wie es sein sollte. Ich gucke mal gleich nochmal fix nach, wie viel Futter ich habe. Dann brauchen wir jetzt auch kein Eimer für Anne. Ähm, ne, das war der falsche Knopf. Futter. Hühner haben wir noch 412. Das, damit kann man durchaus leben. Ich werde es aber wieder so machen, dass ich hier meistens noch mindestens zweimal eine gesamte Ernte da reinschmeiße. Denn ich habe lieber viel zu viel als viel zu wenig. Das heißt, wir können jetzt auch sparen für ein Badezimmer. Weil Badezimmer, naja, da muss man nicht immer zu dieser Quelle rennen. Ah, habe ich gerade einen Frosch im Hals. So, Lille. Wir sind fertig. Jetzt müssen wir theoretisch noch auf den Sommertag warten. Kein Brief. Gut, denn. Gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, was man da in einer Ehe so mal alles machen kann. Eventuell ein Kindchen. Eventuell hilft sie mir dann noch. Hoffe ich doch mal. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, kann das sein. Aber egal, jetzt ist erstmal Strandtag angesagt. Oh, das gibt es doch nicht. Moment kurz, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Oh, Mann. Boah. Aber wir hätten eh noch nicht reingekonnt. Lüder, perfektes Timing. Oh, wenn es überhaupt nicht reingekonnt. Oh, wenn es überhaupt nicht reingekonnt ist. Aha. Wie viel Glück. Lern Deutsch. Komischer Bürgermeister. Bist du bereit für den Frisbee-Weltkampf? Äh, für den Frisbee-Weltkampf? Ich weiß. Was muss ich denn da machen? Okay, los geht's. Möchtest du eine Erklärung? Ja, bitte. Der Cursor links auf der Anzeige beginnt sich zu bewegen. Wenn das Spiel beginnt, drücke Knopf A, um den Cursor im richtigen Augenblick zu stoppen. Die grüne Zone markiert den Raum, in dem dein Hund den Frisbee erwischen kann. Die rote Zone markiert den Raum, in dem der Frisbee nicht erwischt werden kann. Oh. Sieh zu, dass du den Frisbee innerhalb der grünen Zone erwischst. Im Frisbee-Wettkampf kriegst du zwei Versuche, der bessere Wurf zählt. Noch mal erklären? Nö. Okay. Nö, willst du mich verarschen? Gott, ey, was ist das denn bitte für eine Scheiße? Oh, das war aber, das war sehr, sehr knapp, würde ich sagen. Och, nö. Der Wettkampf ist vorbei. Ah, ich dachte, das gelbe gilt auch noch. Der Strandtag ist vorbei. Wir bringen eure Hunde zurück, damit ihr ohne sie nach Hause könnt. Kommt nächstes Jahr wieder. Gibt's keinen Preis? Keinen Preis oder sowas? Na gut. Mit 3,8 Metern kann man jetzt nicht wirklich glänzen. Das hat Spaß gemacht. Okay, zurück zur Arbeit. Kein Preis? Lieber so ein bisschen? Was soll denn das? Warum habe ich da mitgemacht? Ah. Okay. Schnell ins Bitte. Denn morgen wird ordentlich geschoppt. Wir müssen dringend Samen holen. Ich denke da so an viermal Tomaten und viermal Mais. Moment, jetzt habe ich ja... Scheiße, ich habe gestern vergessen hier zu kochen. Es tut mir leid, liebe Freunde. Dann werde ich heute zwei Gerichte machen, ja? Als kleine Entschädigung. Man soll ja nicht sagen, dass ich hier zu geizig damit wäre. Nicht, dass ich hier für jeden Tag wirklich was habe. Aber ich habe gesagt, bis mir die Rezepte ausgehen, werde ich hier jeden Tag was kochen. Ich habe sogar das rausgefunden, was ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Kann ich ja mal sagen. Marmelade. Marmelade, ja. Und daraus lassen sich ja mehrere Gerichte machen mit Marmelade. Marmelade. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr diesen Hyper-Mega-Super-Gedöns-Apfel. Aber das ist ja auch egal. Wir brauchen ja nicht unbedingt so einen Super-Mega-Hyper-Dings-Da-Apfel. Ihr wisst schon. Man kann es ja auch so machen. Mit normalen Äpfeln. Wir haben vier Äpfel. Und aus denen können wir noch gut was machen. So. Nein! Hüppah. Ja, bald wird es hier nicht mehr so einsam auf der Farm sein. Noch sechs Tage. Dann haben wir es. Dann bringen wir hier mal ein bisschen Leben auf die Farm. Jawollski. Scheiß auf den Rivalen, ja. Scheiß auf ihn. Der kann sich mal schön verziehen. Niemand legt Hand an Ellen, bevor ich nicht was mit so einem Blöttchen mitzureden habe. Äh. Gesund, gesund. Jawoll, jawoll. So. Füttern. Da können wir uns so langsam auf den Weg machen, würde ich sagen. Denn es ist Shop-Zeit. Ob wir das Zeug vom Warenkorb auch in diese Mühle reinschmeißen können? Würde mich mal gerne interessieren. Der theoretischen Versuch wert. So. Kein Brief. Da haben wir 8700. Joa. Das wird wahrscheinlich jetzt ein teurer Spaß. Aber ist mir sowas von egal. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin nur im Moment so happy. Ich bin das so supergeil. Hihi. Bitte sagt mir der Supermarkt das auf. 9 Uhr. Ja, komm. Hallo. Hallo. Er hat mich gebeten, einkaufen zu gehen. Schön. Einkaufen macht man aber, indem man in den Supermarkt reingeht und nicht hier auf der Bank sitzt, mein Lieber. Super. Was machst du denn schon hier? Hast du hier gepennt? Hier läuft die Arbeit. Dann mach weiter. Du siehst aus, als würdest du so hart arbeiten wie ich. Am Tresen stehen ist wirklich hart. Hart, muss ich schon sagen. Willkommen. Tomatensamen. Vier Stück. Getreidesamen. Vier Stück. Zwiebeln. Belassen wir es jetzt mal dabei. So finde ich das Ganze doch schon viel schöner. Bald kaufen wir uns dann auch ein Schaf. Oh ja, wir haben noch viel zu tun. Aber da müssen wir wenigstens nicht immer in die Stadt latschen und ändern so ein Thermalei geben. Das erspart uns so ein bisschen Arbeit. Hep. Loll. Machen wir hier noch eins. Denn das ist unsere Hauptverdienstzeit mit dem Herbst. Wenn wir gerade Süßkartocheln haben, die wir leider nicht haben. Aber egal. Tomaten und Getreide tun es auch. Auch wenn die extrem lange brauchen, bis sie wieder gut sind. Haben wir ein paar Samen dabei? Ja, Tomaten haben wir. Scheiße, ich glaube, ich hätte das hier lieber... Ich glaube, ich hätte es andersrum machen sollen. Mist. Egal. So, jetzt wird gegossen. Gegossen. Mit dir jetzt. Wie sonst was. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Und dann können wir übergehen zum Kochen. Ja. Ich schulde euch ja noch zwei Rezepte jetzt. Oh Gott. Scheiße. Ja, was heißt ich schulde euch noch zwei Rezepte? Ja, rausreden kann ich mich jetzt auch nicht nach. Was ist dir angelegen? Hep. Wuppa. Komm, noch ein bisschen. Noch einmal. Und dann kannst du mir meine Wege zusammenbrechen. Look. So. Jetzt heißt es pennen gehen. Apropos, was ist da nochmal für ein Tag? Äh. Hier das. Hühnerfestival. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann legt unser Huhn ein goldenes Ei. Ich habe allerdings keinen Plan, wie wir das gewinnen sollen mit einem Huhn mit fünf Herzen oder so. Obwohl, das könnte klappen. Ich bin mir nicht sicher, liebe Freunde. Ich werde es einfach mal austesten. Let's give it a try. Wuhu. Oder welches Huhn mag uns am liebsten? Welches Huhn? Ralf und Albert. Ja. Ja. Ähm. Da gebe ich Albert die Chance. Warum? Fick dem Alphabet. Hey, leck mich am Arsch. Ich habe schon wieder dieses Kochen vergessen. Freunde, ich werde es jetzt direkt machen. Äh. Damit ich es nicht vergesse. Wir nehmen einen Apfel. Moment, ich gucke noch mal auf meinen schlauen Zettel. Äh. 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 Ja, ein Apfel reicht. Sodele. Kochen. Jetzt brauchen wir erstmal Gewürz und Zucker. ein Topf. Und wer hätte es gedacht, den Apfel. So. Das Apfel-Marmelade ist fertig. Ich schreibe das Rezept auf. Wunderbar. So, nicht anders geht das. Jetzt nehme ich mal zwei Stullen raus. Denn. Ich habe es ja jetzt zwei Tage vergessen. Deshalb komm. Hier kochen. Du kannst nicht kochen, wenn du etwas festhältst. Weck mich am Arsch. So. Wir nehmen einmal. Warte, wie ging das nochmal? Mit Messer. Dann nehmen wir die Gnade und ein Stück Brot. Und schwuppdiwupp. Was? Hat nicht geklappt. Scheiße. So ein Dreck. Äh. Ja. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Machen wir das Ganze so. Das geht. Das weiß ich. So. Okay. Warum hat das nicht geklappt? Das Toast ist fertig. Aha. Wie wenigstens das hat geklappt. Ich werde jetzt hier erstmal alles schön im Schrank aufbewahren. Ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, dass wir hier, äh, im wahrsten Sinne des Wortes total verkackt haben mit der Marmelade. which is, also adalah Weil ich heute so. Und so. Und so. Und so. Und so.